Ja, er zeugt Säure-Nova, wenn aufgebraucht. Ähm, gibt's hier irgendwo auch so'n Spawn für die Dinger? Verdammt! Nimm mich mit! Stuhl-Tanzier oder was? Nicht versuch's! Das geht aber, glaub ich, nicht gut. Bringt dich... Äh, nein! Äh, wir geben ab und dann, äh... Ach, da hinten ist ja schon... Da hinten ist ja schon der nächste Stand, das ist ja nicht weit. Ja, hier vorne, genau. Ich geh einfach in Rage-Modus. Du-P-D-D-D-Ds... What? Mach! What are you doing? Stop! Wann warst du das? Ich dachte, du magst gleich meinen Fast-Deal. Hier um die Ecke. Der beste Fast-Deal. Wart schon wieder vom Turm an wie get... Vor allem du bist doch daran schuld, Andre, eigentlich müsstest du laufen. Verdammt! ist mir das nicht vorher aufgefallen wie komme ich denn jetzt von hier weg ich fahre einfach mal ich fahre einfach mal in eure Richtung ich glaube das passt du könntest auch einfach spawnen das wäre einfacher wie ich soll Geld dafür opfern nein du sollst einfach in das Auto spawnen ja aber ihr saß doch gerade eben noch beide drin jetzt nicht mehr ja das hätte ja noch länger gedauert also bei mir also habt ihr auch diese Terrible Carnage ja ja guck mal muss ich mal gucken Terrible Carnage ja 202 Damage er schießt wieder Raketen heilige Scheiße das Ding schießt Raketen ein bisschen zwecklos aber naja gut Static Shotgun das war aber die die ich haben wollte ich muss die mal vergleichen so mit der Blister mit der und mit der ne dann behalte ich die zack macht zwar keinen Elementarschaden aber das stört mich ja nicht zwei Berserker achso das ist ein Nahkampf Launcher nein 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 gibt es hier auch mal wieder ein ordentliches Schild wenn ihr meine Apparate mit ihren unheimlichen Nadeln habt äh Bombardierer schon wieder Schütze okay what's next? jetzt machen wir weiter mit der schweren Mission Reaktivierung der Funkstation die für Level 30 die obwohl da Level 27 steht übrigens habe ich das Auto ein bisschen umgedreht ja tut mir leid ähm ich kann es leider nicht mehr zurückdrehen die meisten das Ding da unten eigentlich die meisten die meisten ist dieser ganze Ort hier wo wir grad sind the rust commons east heißt das weißt du da hab ich vielleicht gar nicht hin verklickt warum wo willst du denn hin wir wollen doch hier bleiben die Mission ist doch noch hier ja ja aber ich wollte nach unten zu dem anderen Dings äh teilen ich glaube das hier ist es sei doch nicht so faul na doch das ist doch ein Stück darunter faul hä was wir mal testen du was für ne Pussy fährt man einfach schnell hier lang ich habe die Power okay mach ruhig wir suchen wir sind ja dann noch in Autos stimmt äh äh ich bin nicht weg ich glaube ich weiß was passiert ist ich bin da ja du bist geportet worden wir nicht sehr gut so muss es funktionieren ich meine das ist ja eigentlich ganz schlau so kannst du dich hin und her teleportieren und wir fahren ein bisschen durch die Gegend freuen uns weil fahren Spaß macht ich glaube ich bin trotzdem schneller als du oder geht doch hier schon irgendwo lang oder nee nee noch lange nicht falsche Ausfahrt hier hier ist ne Berserker Class Mode ist das auch nicht was für eine Titan ne du sollst vorlesen was es hat achso plus 44% maximale Gesundheit ach nee wäre aber immer und unzerbrechlich bis 2 wenn noch ein Kriegshetzer da ist dann nehme ich das die Dinger sind nämlich ganz schön praktisch äh ja negativ dankeschön irgendwas hat mich anvisiert du hast mich umgefahren mir ist nicht passiert da ist ein Viper da ist ein Turm das ist mir doch egal schau dir mal die Soldaten Class Mode an ich glaube die ist ok in die Richtung müssen wir eigentlich hier und dann da hoch gut jetzt habe ich es so gehen wir an den Automaten ich glaube das ist gut wenn euer Neustenventar kommt Serienkiller äh ich habe gerade einfach die Herausforderung Serienkiller bekommen indem ich Poundert ein paar Spider-Eins überfahren habe so money 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 ich habe 234.000 dann müssen wir nicht irgendwann mal einen Turm aktivieren irgendwie einen Turm? gleich müssen wir eine Overlook Station aktivieren naja mein ich dachte denn eine Station naja das ist das was wir jetzt vorhaben du musst schon besser aufpassen Achtung hier kann es wieder super Gegner geben so welche mit so einem Warnschild 28 na 28 ist überhaupt gar kein Problem wir sind ja selbst 28 ich habe eine Waffe die eigentlich eine 6 Shruss ist auf einmal 12 Shruss fast doppelt so viel ja das liegt an den verschiedenen Upgrades die du hast kalt ich finde es aber lustig ich mache einfach Blitzschaden ich interessiere den Kritz gar nicht mehr aber Kritz sind schon ganz lustig das Problem ist, die ist nicht wirklich genau genug ich mache 400 Krit im Nahkampf Die Fähigkeit war immer besser irgendwie, mit der Zeit nicht mehr so stark, nimmt am OP ab. Lass mir den. Wie war's? Da müssten wir helfen jetzt. Alles meine Kills, ich war's außerdem nicht, der den getötet hat, das war ein gewisser Sniper. So, ich hab fast 1000 Health jetzt. Wir müssen noch ein Stückchen, ne? Da hinten ist das... Hier könnte es aber sein, dass noch mal ein Gegner kommt, vielleicht auch nicht, aber... Ich guck mir erst mal die Kiste an, die da hinten ist. Erst mal die Munitionskisten, weil man ja nett sein will. Wie du hörst, also mein Charakter hat gesagt, das sind alles seine Waffen. Ich hab's nicht gehört. Naja, aber wenn mein Charakter das sagt, dann muss es ja stimmen. Aktivierte Station. Oh oh. Jetzt. What? Haha, das war ich. Gut aktiviert. Sehr gut. Gut, dann können wir das jetzt abliefern. Das war jetzt viel einfacher als das davor. Wir sind stärker geworden. Ja, aber nur um ein Level. Das kann's nicht gewesen sein. Das war die Mission. Und wir haben neue Upgrades bekommen. Deswegen... Ja, genau. Ich hab ja jetzt... Wie viel mehr Schaden machen wir alle? Da sind noch Küsten. 26% extra Team-Schaden. Also... Ja. Und das gilt für jeglichen Schaden. Egal, was für Schaden wir machen. Er ist um 26% verbessert. Gut, gut Berserker me. Flo, komm her. Das sind nur kleine Kisten, die interessieren doch gar keinen. Gut, ich bin unterwegs. Nein. Ach ja. Mal einen Schluck getrunken. Das müsst ihr ja nicht hören. Als Zuschauer. Das müsst ihr nicht ertragen. So. André weiß wieder, wo es lang geht. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Ach, er portet sich doch einfach nicht. Ne. Aha. Oh, wie schade. Da war eins mit Team, schnelleres Nachladen und mehr EP. 18%. Tja. So ist das manchmal. So. Dafür hab ich jetzt ein bisschen mehr Geld. Wo müssen wir denn jetzt hin? Na, wo geht man es ab? Äh, Helen AP ist also zurück nach New Haven. Raaal. Also wirklich. Was? Was im Menü. Nicht drauf gedrückt hat. War der falsche Station. Der falsche Station. Der falsche Station. Le wrong Station. Yay. Helena. 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 PS, PS, PS. Zack. Langsam Gesundheitsregulation. Zack. Sniper Rifle, die ziemlich schlecht ist. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Jetzt können wir das auch machen. Old Haven können wir noch erkunden, wenn ihr wollt. Und danach gehen wir dann zu Jay. Zu Taylor. Zu Taylor. Wie ist das auch? Wo ist das? Vor allem das Schild ist schlechter als meins. Und für die Sniper Rifle geht das gleiche. So, wo ist ein Old Haven? Ist das hier irgendwo? Ne. Old Haven. Ich bin zu faul, um das jetzt alles zu lesen. Oh, jetzt müsste er wieder gehen. Ja. Geht er wieder? Ja, ja, klar. Uh. Ach, die Waffe ist noch ungenauer als meine jetzige. Wie sie selbst ? Ich durfte trotzdem mal Geld aus... ausgeben. Ich hab 271.000. Warum gibt's denn hier keine gute Sachen? Ah. Ah. Ehhyy. Döhhhhhhhhhh Da hinten gibt's das Automatis Automatis Todes? Ja Meins für Schilde und Clars Mots? Ja genau Vielleicht gibt's ja einen mit mehr als 26% Team-Schaden Nahkampfschaden? Ja das ist Blödsinn 16 RV Wenn wir alle Berserker wären Und alle Nahkampfschaden Oh. Mal gucken, wo Old Haven ist. Wo ist es? You ready? Ja, nur eine Sekunde. Eine Sekunde ist vorbei. Während du es gesagt hast. Oh. Okay. Okay. André will, glaub ich, willst du rumjumpen? Äh, ne, ich potte uns da nie näher. Ja, das meinte ich ja. Ja, okay. Gut, gut. Yay. Ach, das ist wieder da. Waren wir da schon mal? Mhm. Im alten Hafen. Obwohl es nicht am Meer liegt. Aber vielleicht war da mal ein Fluss. Vielleicht war das auch ein Weltraumhafen. Sie müssen ja irgendwie auf den Galeten gekommen sein, wa? Ja. Irgendwie Raumschiffe gibt's nicht. So, das ist Blasphemie. So, Meister. Kannst gleich mal rechts rumfahren. Dann immer der Straße folgen. Da lang wahrscheinlich, ja. Der großen Straße. Das Problem ist, man kann die gar nicht mehr unterscheiden, die alten Sachen. Das ist alles Schrott. Gleich lädt sich der Boost wieder auf. Gut. Und wir sind da. Wir sind da. Da sind wir ja. Old. Okay, da kommt man so nicht durch. Du solltest ihn daraus ansprechen. Le- Old Haven. Da sind noch die richtig alten Leute. Bitte. Ich, ja. Ich sehe dich ganz freundlich. Bauchssignale. Tadaa. Sollen wir jetzt löschen? Das Zeug. Was ist denn hier passiert? Dafür gibt's 29.000. Was? Wo? Wie? Tür öffnen. Naja, da sind irgendwelche Leute gestorben. Das ist doch normal. Vor allem in Old Haven. Also wirklich. Ist hier was? Oh, wow. Äh. Das sind ne ganze Menge an Mods. Äh. Da ist eins für dich vielleicht ganz gut. 32 extra Schaden bei nachfolgenden Treffern. Also wenn du nicht unbedingt... Ist ganz unten. Ich muss ganz unten. Oh. Cross-Serve Tech Regeneration. Ja. Was ist das? Keine Ahnung. Da ist auch eine für dich. Bombardierer. Ja, aber das sind halt nicht die guten. Ich brauch... Meine heißt Kriegshetzer. Die ist cool. Da bin ich voll auf Damage getrimmt. Ich sehe schon hier... Ich sehe schon da was, was wir haben müssen. Ganz dringend. Was ist in Old Haven passiert? Oh. Das war noch ne weitere Mission. Toll. Erster Schlüssel. Wollen wir das machen oder das andere? Wow, Old Haven ist ja riesig. Deswegen ist das ne abgetrennte Map. Das macht natürlich Sinn. Obwohl's ergeben heißt. Das ergibt Sinn. Warte, ich muss mal kurz das ausrüsten. Tu das. Ich lauf weiter. Ich guck, ob ich in den Hinterhalt geraten kann. Ne, kann ich nicht. Die stehen immer direkt vor einem. Aber das ist nicht nur in der Nähe. Ich guckere mich. Ich guckere mich. Ich guckere mich. Und das ist ein, wenn ich mir so bezieh Tal. Vielen Dank.